heyo und herzlich willkommen zurück leute zu einer neuen folge von mad max in der letzten folge sind wir zu guest town aufgebrochen und wir haben einen auftrag um an ein renn teilzunehmen lampen zu beschaffen das ist jetzt allerdings ein bisschen schwierig weil dazu mussten wir hier zu einer art flughafen fahren der natürlich verlassen und völlig zerstört ist und dort müssen wir noch die lampen holen wieder zurückfahren und dann können wir hoffentlich dann gegen lords grotus kämpfen ich weiß nicht ob wir das sind doch in dieser folge schaffen oder erst bei der nächsten aber ich will das spiel jetzt lang mal beenden wie ist schrott also wenn sie die leute gefressen haben dann einen schönen dank auch ich habe gerade einen leichten schreck bekommen warum tun die das vielleicht kommt er jetzt gleich ein haufen angerannt es war so klar oh man alter ja ja Man sieht gar nichts, Alter. Wirklich gar nichts. Alter, wenn das ne Falle war, ne, dann schönen Dank auch. Füll die Waffe. Na, komm her. Ja, ist klar. Ich sollte mir noch irgendwas dazu sagen, ne, ne, bringt nix. Ey, Alter. Ey, der geht mir ja richtig auf den Sack, der ist voll Spacko. Obwohl, falls wir noch mehr kämpfen müssen, will ich lieber einen Rat haben. Was? Man, ich seh nix. Was? 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 Oh, Mann. Mann, es wird mir alles zu spät angezeigt hier. Wenn man nicht sieht, ist das scheiße. Wie soll man das spielen? Der Wagen steht erstmal perfekt da. Boah, ich seh nix. Ey, wisst ihr, was mich ankotzt? Wenn man nix sieht, das ist einfach nur scheiße. Mann, wo willst du denn lang hier, Mann? Ey, reparierst du mein Fahrzeug, das geht gar nicht. Okay. Dauert viel zu lange, die Reparatur. Junge, ich seh nix, Mann. Ey, ich muss das Gamma höher einstellen. Das geht mir gerade richtig auf die Eier. Wo ist denn die Option? Spiel Gamma, ey. Oh, das ist so nervig. Oh, nie, Alter. Alter. Raus, raus hier. Oh, Mann, no. Ey, ich seh trotzdem nix. Oh, war das hart, Mann. Also nicht, dass es jetzt schwer war, sondern einfach nur, weil ich nix gesehen habe, dass ich überall rangekommen bin. Ja, okay, ein Wassermeer ist auch super. Ja, fahre ich jetzt aber nicht so hin, sondern ich mache eine Schnellreise, wenn es geht. Sparen wir uns Zeit. Und das ist ja die Hauptsache, oder? So, wo ist er denn? Da oben! Entschuldige, ich bin gerade aufgestanden. Also wenn er mich etwas schlechter hört, tut's mir leid. Ha, 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 ha. Meine Mädels! Ha, 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 ha! Ich habe sparen für miles! Aber, du bist noch immer wieder. Und jetzt, ich freue mich auf die Reise. Oh, das war's. Looks like you earned it. Let's see. Das kann work. Oh, du hast ein bisschen Verrückter. Empresto! Ein neues Contestand! Ha, ha, ha. Was ist dein Handel, Leidie-Boi? Ja. One more thing. Du brauchst ein Partner. Ich dachte jetzt, es wäre eine Pizza, Alter. Der Tanz mit dem Tod hat den Outcry gegeben, was er wollte, und er lässt mich beim Gastown-Rennen starten. Allerdings brauche ich immer noch einen Kämpfer. Das bringt mir jetzt eine Ödland-Mission, wenn ich verdammt nochmal das mit dem Outcry machen will. Ja doch, die Mission mit dem Outcry machen will. Schuld der Nebelbirne. Um mich jetzt aufzuleveln, müsste ich ganz kurz zu Jet. Eine Schnellreiseunternehmen, weil ansonsten, ja, ist halt kacke, ne? Dann kriegen wir wieder Munition und alles. Und dann war ich eine Schnellreise zu Pink-Eye und von da aus dann... So, da ist es jetzt. So. Das haben wir. Klar, wir haben jetzt keine volle Gesundheit bekommen, aber kack drauf. Okay, das ist jetzt natürlich kacke. So, und jetzt markiere ich mir genau das. Also da, der Schnellreise. Dann geben wir da kurz raus und fahren von da aus den Rest mit dem Fahrzeug und dann ist gut. Also es ist doch ein bisschen länger, als ich erwartet habe, das Spiel. Warte, hier kann ich eine Madenfarm aufbauen? Das wäre lustig. Wo ist denn die überhaupt? Wo ist die Madenfarm? Spähcrew? Nein, das kann ich mir nur noch auf der Karte markieren. Was ist denn das mit der Madenfarm? Darum ist Benzin. Da ist Putzkrew. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo das mit der Madenfarm ist. Weil die könnte ich wenigstens bauen. Dann kann ich hier zumindest geheilt werden. So, jetzt werden wir immer schön geheilt, wenn wir hier ankommen. Lecker. So, das haben wir auch gemacht. Was, Exodus? Wo ist denn? Was, Exodus? Meint ihr das hier? Nee. 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 Ich hab jetzt keine Zeit, Kumpel. Ich bin nicht so weit gefahren. Wer? Wo? Okay. Wir müssen eigentlich gleich da sein. Wir müssen gleich da sein. Wir müssen gleich da sein. Natürlich, wenn wir, was sollen wir sonst machen, verlieren? Nicht mit unserem Fahrzeug, was wir inzwischen zusammen geschustert haben. Mann, alter, ihr verdammten Misttypen. Ich habe keine Zeit für diese Pisse hier. Ich habe keine Zeit für diese Pisse. Ich habe keine Zeit für diese Pisse haben. Junge, ey, gehst du mir auf den Sack? Das ist echt eine Scheiße. Mann, ihr seid vielleicht Arschgeigen, Mann Jetzt reicht's, Alter Jetzt räche ich mich aber richtig hart Alter, sowas kotzt mich richtig an Da hab ich schon so einen guten Schutz Und das reicht alles nicht Okay, jetzt haben wir das ja auch gleich geschafft Rassmaster Crowtassel rules here You dare ruffle his feathers He's the one to see about fighters But beware All come here to race Knowing they risk their hides At the drop of a hat These players are ready to die So, wir haben auch mal Schrott bekommen Ich würd'n am liebsten gleich mal schießen Den Spacko da vorne Oh, ein Wanderer kommt Ich, Crowtassel Bid you welcome to the circle of light To the circle of Wait I see you're not here to race I can see it in your eyes I'm looking for a fighter To join the Gastown race They say you know them all A shiny crow such as I is easily flattered I may help you after all Give me a name Only but one left Tenderloin She used to ramble large Now she sucks the mask day and night But Crow thinks A shot at the bigs Could make a bad girl right Where is she? Out back Up in that gas Okay Okay, 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 okay Sie atmet so ein bisschen am Gas Kann sie ja machen Okay, sie ist wahrscheinlich da drinnen Wasser habe ich genug mit I need a fighter What did this mother sucker just say to me? You want to fight me? No, I need a fighter Someone to partner up for the Gastown races Oh, races A taste of blood on your lips Your own Someone else's It don't matter You're alive while death is all around Do you want to join me? Yeah If you do something for me first Square my death with Crowdizer And I swear I'll get sober And murder up with you Alter, ist die high Das werde licht Alter Wer weiß, was ich jetzt für Crowdizer machen muss Oh, das sieht auch geil aus Den machen wir vorne Kühlerfigur Ich wollte gerade fragen, ob der eine Wand pinkelt Aber nee Wäre auch ein bisschen Käse So Ich komme jetzt wieder raus hier Ich bin ja auch irgendwie reingekommen Ja, hier Wartet, ne Nee, da Hm So 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 Wie du mir So ich dir Alter Tenderloin ist tot Tenderloin ist tot Tenderloin ist tot Ha Das ist ihr Und wenn die Leute aufbauen, ich lasse ihre Rechte aufbauen. Okay. Nicht so schnell, Buck. Du bist nicht mit dem Funky-Junk hier. Der Brot ist nicht fit für meine Finerie. Nur die Speed-Dämonen auf diesem Weg. Du hast das Auto richtig gemacht. Dann bist du mit meinem Blacktop. Du kannst nicht mit dem Auto fahren. Ja, ja, schneller, schneller als ich kann. Aber ich brauche Sachen. Jetzt muss ich noch Teile besorgen. Willst du mich verarschen? Ich brauche ein neues Bote für diesen Speed-Dämonen. Der Wildhunt. Oh, ja. So schlauig. So schlauig. Die Kurven. Ja, aber wo werden wir ihn finden? Ich habe gehört von einem Ort in Rick Hills. Oh, Alter, ey. Das ist doch... Wo sollen Peak Hills überhaupt sein? Er denkt da, ich fahre jetzt die verdammte Strecke? Das könnte er vergessen, Alter. Ich fahre schon so viel durch die Gegend. Und der Fahrzeug muss noch schneller werden? Das würde ja geiler, wenn man damit den steuern muss. Oh, hier kann ich eine Waffenkammer bauen. Jetzt frage ich mich nur noch, wo die Waffenkammer sein soll. Dann können wir das auch noch bauen. Ja, schon mal nicht. Hier ging es doch irgendwo nach oben. Vielleicht kann man ja das hier irgendwo bauen. Der erste Putzcrew. Ey, seh mal hier einer durch, ja. Wo man das alles bauen kann. Das ist nicht so easy peasy. Der müsste mir doch eigentlich auch angezeigt werden, oder nicht? Da ist eine Spähcrew. Da! Jetzt wird die Festung verbessert. Okay. Das ist alles Schnieke. Jetzt muss ich nur noch mal runterspringen und dann... Du kannst da natürlich nicht runterspringen. Was natürlich wieder voll klar ist. Was? Jetzt bäckern die schon rum, weil weniger gefährlich ist. Wollt ihr mich jetzt rollen? Holen wir nur noch das letzte Teil, hoffentlich. Und dann reicht das. Hoffentlich sieht der auch geil aus, der Wagen dann. Aber darf ich bestimmt nichts zum Schutz haben. Schätze ich mal. Mal sehen. Es dauert doch alles viel, viel länger, als ich jetzt erwartet hatte. Ich dachte, ihr könnt jetzt mit dem Ding hier erstmal schön beim Rennteil nehmen und dann ist gut, aber... Ich müsste meine Stromflinke nochmal verbessern, wenn es geht. ... ... ... Wie kommen wir jetzt da hoch hier? Irgendwie ist es gerade seltsam, weil ich weiß, wie ich weiterkomme. Alles klar. Ich hab doch abgewehrt. Mann, du sollst die Waffe aufnehmen. Danke. Du dich so freust, Alter, wie so ein Affe. Okay, und da ist das, was wir brauchen. Okay. Und blub, jetzt gehört die Karosse von mir. Jetzt brauche ich 900 Schrott. Ist das dein Ernst? Ey, das ist kein bisschen übertrieben, ey. Und da ist das, was wir brauchen? Ja. 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 Aber 900 Schrott erstmal beschaffen. Ja. Ja. Ich bräuchte jetzt nur noch einen Konvoi. Ich kriege noch Putzkrew-Teile. Ja. 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 Ich bin geradeher auf. Ja. 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 Wieso? Na komm hier! Neuu-n, bام! Nimm nochmal die Kackbeutel. Ja, ja, ja. Wir haben einfach nicht genügend Schrott. Tja, ich muss noch ein bisschen Schrott sammeln, ich habe jetzt keine andere Wahl, oder mache ich dann offline Wasserspeicherteile? Ich werde mal sehen, ne, weil ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, ist halt ärgerlich, aber was soll ich machen, das ist halt so. Alter! Ja, Mann, hier! Okay. Okay. Was ist das? Was ist das Spiel? Was ist das Spiel? Was ist das Spiel? Wo zum Teufel geht denn das hier schon wieder hoch? Was ist das Spiel? Ja Leute, das kann du ja auch sein. Was ist jetzt los? Achso, der Sturm hört auf. Das kann durchaus sein, dass ich bei der nächsten Folge dann schon den Wagen habe, den wir für das Spiel brauchen. Aber jetzt schaffe ich jetzt einfach nicht mehr. Ich finde es einfach mal ein bisschen zu heftig. Und da wo ich hin wollte, da komme ich nicht hin, also, ja. Da kommst du ja natürlich nicht hoch. Ja, willst du mich jetzt verarschen, Alter? Da kann man nicht mal irgend so einen kleinen Scheiß-Berg hochkraxeln. Da ist genau das Auto. Ja, hier würde ich jetzt aber am liebsten nicht runterfallen. Dann, also bin ich tot, ne? Neunhundert Schrott. Krass, Mann. Jetzt haben wir erstmal den Suchbereich auf 100%. Da geht's auf jeden Fall tief runter. wieder. So, was kann man jetzt als nächstes machen? Schnellreise, hm. Wird ja nichts, ne? Ihr habt ja gerade gemerkt, wir brauchen noch ein bisschen für 900 Schrott. Das heißt, also, ich werde jetzt nochmal ein bisschen Schrott sammeln und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge auf jeden Fall mit einem richtigen Fahrzeug, ne? Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Es hat mich wie immer gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Also, bis denn und tschüss.